Manchmal sind Wege auch Zustandsbeschreibungen von kurzen Momentaufnahmen, die dann aber auch wieder zu einem Weg führen, nämlich zu einer Reaktion des Schreibenden, des Erzählenden oder bei demjenigen, der zuhört oder liest. Und manchmal sind diese Zustandsbeschreibungen ein kindlicher Traum. Es ist Gott, sagen die einen und die anderen. Über einen Namen und die Art, wie es richtig ist, ihn, sie, es zu ehren, wollen sie sich nicht einigen? Schlagen sich die Schäle ein seit Jahrtausenden. Es ist der Tanz der Atome, sagen die anderen und die einen. Über Melodie und Takt führen sie Grabenkriege, fühlen sich berufen zum Rufmord. Denn wie soll plötzlich wahr sein, wovon man bisher doch immer die Augen verschließen konnte? In einem kindlichen Traum sah ein kleines Mädchen, wie Gott über alle Namen weinte und er sie es tanzte mit den Atomen nach der einen Art und Weise.